Alright, ihr seid herzlich willkommen zur legendären Truhe, die wir jetzt hier öffnen wollen. Zack, die Bohne, 500 Gems auf unseren Nacken. Oooooohhhhhh! LavaHund! Wir haben ihn auf 2. Ich spiele ihn zwar im Moment nicht, aber immerhin haben wir ihn auf 2. Das heißt, wir können ihn gerne mal spielen. Den Ball haben wir ja auch schon auf 5. Sehr nice. Ich werde euch jetzt hier unten einblenden. Wer den Random Steam Key gewonnen hat, viel Spaß damit schon mal. Und danke, dass ihr mitgemacht habt, haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Bassi.